Hallo hier spricht der Boss. Am Wochenende steht ein sehr wichtiges Spiel an. Richtungsweisend. Ihr wisst, was ich meine. Wenn Rostock nämlich gegen Lautern gewinnt, könnten die bis auf Platz 3 in der dritten Liga vorrücken. Ich kann es leider nicht gucken, weil wir nach Dings müssen für so ein Bundesligaspiel. Dortmund, genau, so heißen die. Die Stadt ist so schön wie der Geburtstagskuchen von Ashraf Hakimi. Samstag 18.30 blasen wir denen dann die Kerzen aus. Der beste Witz vor dem Spiel kam von Manuel Neuer. Der meinte, das sei ein Duell auf Augenhöhe. Augenhöhe, so wie hier. Was ich noch nicht genau weiß ist, wie wir spielen. Robben, ja oder nein? Müller von Anfang an. Aber bei diesen Personalfragen vertraue ich Lisa Müller voll und ganz. Wer braucht einen Laptop-Trainer, wenn eine Smartphone-Spielerfrau haben kann? So Leute, ich schaue rein. Muss Niko Kovac erklären, wann genau Instagram MySpace abgelöst hat. Bis bald, euer Jero. Bis bald. Die Aller Jerobein ...